Moin Moin So im heutigen Video geht es um die Kurbelwellenlager Und zwar habe ich mittlerweile ein neues Projekt Das ist die 038 von Stihl Da habe ich jetzt eigentlich alles schon zerlegt, gereinigt und lackiert Auch die Kurbelwellenlager hier Jetzt wollte ich euch heute zeigen, wie ich hier die Lager auspresse und auch wieder einpresse Die neuen Und zwar könnte man das jetzt hier In diesem Fall steckt nur noch das Lager drin Könnte man das einfach hier mit der So der kleine Werkstattpresse, die ich mir mal gekauft habe Gleich direkt auf das Lager drücken und auspressen Da gibt es natürlich auch so eine Auspressdorne Die Darchenraben nehme ich hier einfach mal Die setzt man hier auf Liegt immer noch ein paar Hölzer unter, damit das schön weich ist Und dann drückt man die Lager einfach nach unten aus Und dann hat man das Ganze auch schon in der Hand Hier ist es das Alte Jetzt kommt noch die andere Seite Da ist wiederum Hier diese Durchgangsbohrung, wo hinterher der Wellenlichtring drin sitzt Der ist wesentlich kleiner als das Lager selbst Deswegen müsste man schon mit irgendwas dünneren Ich könnte jetzt nicht direkt mit dieser Presse hier arbeiten Dann setze ich das auch wieder auf Merke ich muss jetzt noch ein bisschen höher Und dann auch wieder mit dem Auspressdorne Und dafür ist es nämlich ganz gut Dass man ihn hat Und auch wieder raus damit So Das war es auch schon mit dem Auspressen Der Kugelwellenlager hier Das ist das Alte hier Vorratseitig Und dann, wie man hört, ist auch wirklich nichts mehr mit los Das Kugelwellenlager habe ich jetzt sauber gemacht Die Fläche, wo das Lager nachher sitzt Leicht mit ganz feinen Schmiergeleiden abgezogen Damit das schön glatt ist Jetzt kommt noch ein bisschen Fett außen ans Lager Das wird gut reingeleitet Es gibt natürlich auch die Möglichkeit Das Kugelwellenlager in dem Bereich Zu erwärmen auf 150, 180 Grad Damit es sich ausdehnt Denn das Lager, da es ja kalt ist Mehr oder weniger leicht bis auf ein Grund fällt Beziehungsweise leicht eingeschlagen werden kann Aber ich habe das jetzt hier alles neu lackiert Und ich habe es dann heiß zu füllen Aber das jetzt in dem Bereich so zu erwärmen Ich habe, wie gesagt, eine kleine Werkstattpresse Und jetzt hoffe ich, dass mein Platz auch reicht hier Für meinen Einpressstorn So, und los geht's Und darauf achten, dass man schön mittig drückt Und das auch So, man muss natürlich jetzt aufpassen Dass man aufhört, wenn wir unten auf dem Grund sind Denn die Presse drückt 6 Tonnen Dann könnte es auch schon mal passieren Dass das Kugelwellengehäuse mächtig einen abkriegt Aber so Setzt das Lager jetzt Schön aufgrund So, wie es muss So, wie gesagt, jetzt noch die andere Seite Da muss man sich am besten eine Fläche suchen Irgendwo am Kugelwellengehäuse Wo es dann halt parallel aufliegt Und nicht gleich mal schief liegt Weil der drückt gerade Und dann wird das Lager Mehr oder weniger hier Schräg reingedrückt Und dann könnte es hier richtig Späne ziehen Und wenn der Lagersitz hier abgeschabt ist Dann hat man ganz schlechte Karten Weil dann hat das Lager keinen festen Sitz Und schlackert schon los im Kugelwellengehäuse rum Was auch wiederum zu Unichtigkeiten führt Deswegen sollte man das alles immer so parallel wie möglich Eintreiben hier So, noch das Lager Scheint gut zu sitzen Guck hier mal, dass ich ringsrum Den gleichen Überstand habe Ja, das wäre geschafft So drückt man also Kugelwellenlager aus Und dann anschließend die neuen auch wieder ein Einfach nur zu einer kleinen Werkstattpresse Man kann es wie gesagt auch mit heißem Füllen So stark erwärmen, damit sich das Material ausdehnt Die Kugelwellenlager mehr oder weniger gleich gleiten Bis auf den Grund Vielleicht ein bisschen eingehämmert werden können Aber so ist es schon eine entspannter Variante So, ich hoffe euch hat es gefallen Wie immer viel Spaß beim Nachmachen Falls es Fragen gibt Schreibt mir einfach Ich antworte dann ganz entspannt Und bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal